So, weiter geht's. Und ja, leider war mein letztes Rennen für mich leicht frustrierend. Ich habe leider nur den zweiten Platz belegt, nachdem ich drei Folge gewonnen habe. War jetzt schon ein bisschen ärgerlich, weil ich mich sehr dumm drin gestellt habe. Und ich hoffe, jetzt wird das wieder ein bisschen besser. Das war echt sehr viel unnötig. Scheiße, wie hier. Boah. Ja, wie hier. Ganz viel. Mann ey, ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist. War für die erste drei Strecke so leicht, keine Ahnung. Da brauche ich Pause. Das ist gerade nicht. Das nervt mich gerade. Ich bin gerade ganz schlecht. Nee, was ist da? Ja, okay. Ich habe da nicht viel. Ich bin gerade ganz schlecht. Ich hole gar nicht richtig ruf. Man, man, man. Man, 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 man. 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 Man, man. Man, 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 man, man.